Ich würde mir wünschen, dass uns die Frau Merkel vor Brüssel schützt und vor der Politik schützt. Die Selbstreinigung der Wirtschaft, die ist so stark, dass es nicht immer eines politischen Diktats und einer Rechtsprechung braucht, um weiterzukommen. Denn es wird alles probiert, um uns Schwierigkeiten zu machen, sei es in Zollformalitäten, sei es in Transferpreisen ins Ausland, sei es Transfer von Geldern, sei es Finanzdiener, Arbeitsrecht. Wenn man uns nur gewähren ließe, so wie es ist und nicht permanent eingreift über Brüssel, über unseren Staat, über die Politik, da wäre uns sehr viel geholfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017